Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute zwei tolle neue Gäste, nämlich die Franziska und den Kubilay. Und jetzt geht's los. Und in der heutigen Folge brauchen wir wieder das Kissen. Die Bastelanleitung dazu findet ihr dann in der Videobeschreibung. Und heute geht es darum, dass wir Füße und Kissen gleichzeitig spielen. Das wäre dann zum Beispiel so, da wäre die Bewegung mit den Füßen alleine, wäre ja das. Jetzt abwechselnd und das Kissen wäre das. Jetzt alles zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Zählt ruhig mit? 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 wir gleichzeitig mit den Füßen weiterlaufen und die Pausen gelten nur für das Kissen. Wir machen jetzt mal eine Pause bei der Zellzeit 4. Das versuchen wir jetzt mal. Sieht dann so aus. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und Franzi zeigt uns jetzt mal, wie es geht. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt zeigt uns Kubi, wie es geht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Und jetzt mit Musik. Eins, zwei, drei, vier. 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 Sag mal, Fola, warum machen wir nur auf die Vierpause? Man kann ja auch auf Eins, Zwei und Drei Pause machen. Ganz richtig. Wir sollten es ausprobieren. Jetzt mache ich die Pause auf die Drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt die Zwei. Drei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die Pause auf die Eins. Eins, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt habt ihr verschiedene Varianten kennengelernt und wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020